Moin moin liebe Freunde und einen schönen guten Tag bei einem weiteren Tutorial für FIFA 15 und zwar geht es heute um Original Schiedsrichter Ja, ihr kennt das ja, die tollen Fimmler und weiß nicht, wer da die Schiris immer pfeifen Eigentlich finde ich es ja ganz geil, das Intro immer zu gucken bei FIFA 15 Also die ganzen Vorsparen mit Aufstellungen und so weiter und sogar zu wissen, wer pfeift Macht aber keinen Spaß, wenn es keine echten Schiris sind Deswegen gehen wir jetzt hier mal auf den geliebten Creation Master Ich muss zugeben, ich weiß, wie es funktioniert, die Schiris zu programmieren Hat man aber bisher noch nicht testen können, so wirklich richtig intensiv testen können, ob sie auch im Spiel dann erscheinen So, wir gehen hier auf File und dann wieder auf Open FIFA 15 Wer den All Creation Master auf eine andere Platte wie FIFA insiedert, kann das Problem haben, dass das Programm Creation Master den Pfad nicht findet Da muss man ihn manuell unter diesem Open Select LAN DB finden und das ist halt die Datei, die ihr finden müsst So, das hier sind diese ganzen Möglichkeiten, die man im Creation Master hat Die gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, es gibt dafür ein extra Video auf meinem Kanal Das heißt, kennenlernen in Creation Master, das könnt ihr euch gerne reinziehen Und wir gehen jetzt hier auf Schiris und sehen jetzt hier unsere ganzen Schiedsrichter Hier sehen wir, es sind natürlich von allen, die programmiert sind, drin Und wir können mal kurz gucken, ob wir den Fimmler finden zum Beispiel Schönlebe haben wir hier, den kennen wir auch, den Dietmar Schönlebe Wir können ja mal kurz nach dem Namen suchen, ob es geht Fimmler, da ist er, der Harald Fimmler Wenn man ihn jetzt anklickt, da können wir uns sein Gesicht angucken Und so kennen wir ihn auch, den Fimmler So, wir wollen aber jetzt richtig originale Spieler, äh, Spieler sagst schon Schiris, äh, haben So, jetzt hat er das Bild weggemacht, weil ich hier rumgemacht habe Warum ich das jetzt mache, ist, ich habe hier nämlich den Kicker offen Ganz tolle Fußball-Magazin-Seite Und hier sind die aktuellen Schiedsrichter Wir werden jetzt nicht alle in diesem Tutorial machen Wir machen jetzt mal zwei, einfach so Und ich habe schon mal ausprobiert, den Peter Gaggelmann Den kennen wir ja zum Beispiel Dann klicke ich rechte Maustase und mache ihn auf Und da sehen wir ein Bild Leider kann man hier nicht, wie mit Spielern, ein Spielerbild reinmachen Und dass er dann das Originalgesicht macht Das wäre natürlich mega nice Zumindest habe ich persönlich hier nichts finden können, was das betrifft Wir können ja mal gucken, ob da noch irgendwas ist Ne Runterscrollen können wir auch nicht Also es gibt einfach, was das betrifft, einfach nichts So, ähm Dann lass uns doch einfach mal, einfach mal hier, einfach mal den Harald Den nicht den Harald, sondern den Peter Gaggelmann einfach mal bauen So, und zwar wir drücken hier auf Create Dann will er dem natürlich eine neue ID-Nummer geben, weil das braucht ja das Spiel einfach Um da durchzukommen und generiert gleich ein neutrales Gesicht Und wir schreiben jetzt hierhin Peter Und Lastname, also Nachname Gaggelmann So, dann sehen wir hier sein Geburtsdatum Ich persönlich, das muss jetzt nicht unbedingt sein Also haargenau, im Spiel sieht man das auch nicht, wann der Geburtstag hat So viel ich zumindest weiß So, der ist schon ein bisschen ältere Generation So, und, ähm Machen wir hier noch 09 Dann ist es sogar richtig So, er ist Deutschland natürlich Und, äh, hier steht nicht wie groß er ist Also ehrlich gesagt, äh, ist mir auch egal Ich weiß, glaube ich, vom Gucken her, dass er gar nicht so klein ist Dann sieht man auch der Body Der ist Small, Normal oder Big Also, ähm, Klein, Normal oder Groß Ich sag mal Normal Und, und jetzt sehen wir hier Foul, Foul Style Also sein Stil, ähm, wie er Fouls pfeift Dann sehen wir Let Play, also lässt spielen Ist ausbalanciert oder Easy Whistle Also pfeift ziemlich viele Kleinlichkeiten Und ich kenne den Gagelmann eigentlich eher Dass er sehr, ähm, äh, spielen lässt, oder? Äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig Ich will jetzt nicht Falsches bewerten Also es gibt ein paar, wo ich weiß, die sind da ganz schön streng Und manche, die sind da, ähm, ja, ich meine einfach mal ausbalanciert Und jetzt haben wir noch Card Style Also gibt er, ist er ein toller Rand Oder ist er ausbalanciert Oder gibt er relativ schnell Karten Und, äh, er ist sehr tolerant Würde ich jetzt mal sagen So, ähm, dann können wir ihm noch Schuhe geben Was ich auch sehr nice finde Er hat jetzt mal weiße Schuhe Und dann müssen wir ihm natürlich sagen Welche Ligen pfeift denn dieser Schiedsrichter? Und dann sagen wir natürlich Wo haben wir denn die Erste und die Zweite Bundesliga? Da haben wir die Bundesliga Und darunter haben wir direkt die Zweite Bundesliga Und dann sagen wir ihm auch noch Äh, ich glaube Champions League oder so Kann man hier nicht auswählen Aber kann international aussuchen Ich muss mal kurz gucken Äh, ob man hier Champions League oder sowas findet Oder Meisterliga oder so Wie es auch mal heißt In eigentlich FIFA Ne, alles klar So, und dann klicken wir wieder auf sein Gesicht Und jetzt können wir hier mal gucken Äh, was für ein Was für, wie, was für ein Gesicht wir ihm verpassen Was ihm vielleicht ein bisschen ähnlich ist Ich gehe das jetzt mit den Falltasten Bin ich jetzt hier drin Und gehe mit den Falltasten jetzt einfach mal durch Oh, das ist ja schon mal ähnlich Leider kann man nicht, äh, detailreich Gesichter machen oder so Das, äh, ist nicht möglich Und ich finde das passt doch eigentlich schon relativ ganz gut Ich will jetzt auch nicht extrem viel darin machen Und jetzt gucken wir mal die Haare Glatze Äh, very short oder short Short hat er Wir machen mal kurz auf dunkelblond, würde ich mal sagen Oder darkblond Ich weiß nicht, was das sonst da Ne, darkblond ist definitiv nicht Machen wir mal Lightbrown, also helles Braun Ne, das passt auch nicht so Joa, dann machen wir es halt mal so So, und jetzt kriegt er noch so eine Art Äh, jetzt gucken wir mal Mit der Maustaste könnt ihr einfach schön durchswippen Dann müsst ihr auch nicht immer die ganzen Zahlen hier Bei, ähm, bei der Form des, ähm Der Haare Ich finde irgendwie die Haarfarbe passt nicht ganz zu ihm Finde ich persönlich Aber ist nicht so einfach Äh, gibt halt nur die Schade Und es sieht auch Gegehlt schon fast nach ihm aus Weiß jetzt nicht Ich kenne jetzt nicht leider die ganzen Zahlen aus Wenn ich 54 Merke ich mir jetzt mal im Kopf Das sieht so ein bisschen verwucht aus Hoppala Jetzt bin ich nicht mehr in den Zahlen drin Dann kann ich mir den auch nicht mehr Durchswippen Egal, ich bleib bei 54 So, dauert mir das alles zu lange Ich finde, er sieht ihm relativ ähnlich Wäre natürlich noch schöner, wenn es noch besser geht Jetzt sagen wir ihm natürlich Skin Color Da können wir ihm nochmal eine andere Farbe geben Also, äh, hier ist er jetzt halt schwarz Äh, Pink Heißt halt diese normale Hautfarbe Äh, jetzt können wir ihm noch sagen Ob er natürlich Falten hat Oder Pickel Wir machen mal klar Hat er ein paar Falten Ist ja schon ein bisschen ältere Generation Ähm Was für Augenfarbe hat er denn Ich würde sagen so ein bisschen blau Sieht das auf diesem Bild aus Nee, hellblau nicht Ähm, Augenbrauen Hat er sehr schmale Und, äh, Farbe Ist nicht black Sondern, äh, dark brown So Er hat keinen Bartwuchs Und auch, ja, obwohl Koteletten hat er sogar, glaube ich Sieht so ein bisschen danach aus Aber die sehen leider im Creation Mach es immer so verpixelt aus Deswegen nehme ich die nicht so gerne Ich weiß nicht, wie es am Spiel aussieht So Dann haben wir den fertig Und machen jetzt hier ein Save Und dann Sehen wir Was auch immer hier passiert ist gerade in diesem Bild Was ist denn hier los? Äh, da muss ich ja mal kurz gucken Ob das jetzt einfach mal vor dem Creation war Es ein Fehler ist Oder ob das, äh Oha Ich weiß nicht, ob es in FIFA dann auch so ist Ich gehe ehrlich gesagt stark davon aus Dass es nicht so sein wird Dann Ist es ganz wichtig immer Dass man, wenn man dann fertig wäre Rein theoretisch nach dem Save Dass man natürlich dann X macht Beim Creation Master Und Dann auf Sein, ähm Ähm Seinen FHL BHL Editor Unten in der Beschreibung Kann man den, ähm Gerne mal Noch runterladen Wenn man den nicht hat Klickt hier Wie gesagt, so ein Aberglau bei mir schon Dass ich Renegade Select BH Files Anklicke Und dann natürlich ganz wichtig To Care of Extern Files Anklicke Dass er dann alle externen Files Die wir gerade bearbeitet haben In das Spiel rein Regeneriert So zu sagen So Ich mache jetzt hier auf diesem Tutorial Noch einen weiteren Schiedsrichter Dann versuche ich es mal zu testen Ob man den findet Ansonsten Ich sage das Könnt ihr jetzt nur an Falls ihr nicht mehr weiter gucken wollt Und jetzt wisst wie es geht Ich zeige es trotzdem jetzt Noch einmal Mit einem anderen Schiedsrichter Weil es einfach auch Spaß macht So Und äh Gucken wir uns jetzt mal an Wen wir noch so kennen Den Kinnhöfer Kennen wir ja sehr gut Ähm Ist nicht Eigentlich fällt mir gerade ein Ich glaube sogar Es war der Gagelmann Der viele Also irgendeiner war doch einer Der dauernd unnötig Viele Karten gegeben hat Ich weiß nicht mehr wer das war War das nicht der Kinnhöfer Irgendeiner Oder war das der Gagelmann Einer von den beiden war es Meiner Meinung nach Ja Aber da kann man auch beliebig machen Wie man will So Gagelmann steht hier noch drin Wie wir sehen Also es funktioniert Jetzt klicken wir hier wieder auf Ähm Create Und machen hier Ähm Wir können auch hier einfach das nehmen Und rüber kopieren Dann geht das alles noch Ein bisschen eine Runde schneller So Äh Können auch das nehmen Ich glaube das könnte sogar funktionieren Dass man das rüber kopiert Nein geht leider nicht Aber die Zahlen eingeben Sollte Funktionieren Oh hoppala Da hat sich jetzt ein bisschen beschwert So jetzt ist richtig Mann der ist ja fast genauso alt Wie der Gagelmann ne So Deutsch Land Keine Ahnung wie groß der ist Vielleicht ein bisschen mächtiger Ist er vielleicht So Ähm Genüfer Pfeift ziemlich kleinlich Aber ist ausbalanciert In den Karten Und er pfeift in Dutscheland In der Bundesliga Und in der zweiten Bundesliga Eigentlich nicht in der zweiten Bundesliga Aber ich gebe es immer gerne an jetzt Falls es wirklich funktionieren sollte Da steht ja jetzt so zu Also es Es zu erstellen Und es zu regenerieren Scheint ja zu funktionieren Meine Tests Ich war jetzt selbst noch nicht In FIFA und konnte das prüfen Weil man hat leider nicht immer Die gleichen Schiedsrichter Aber das werden wir gleich Auch nochmal ausprobieren So gucken wir mal Ob wir ihm eine Hackfresse verteilen können Mal gucken was es ja so schönes gibt Er hat ja ein bisschen Einen Grinsen Ist gar nicht so einfach Ob er da jetzt so Äh Ja wenn sein Mund zu wäre Würde das ja eigentlich schon fast passen Ne So Machen wir hier mal Ähm Modern Haare Er hat auch Ähm Ne Nicht Black Sondern Brown Und Sieht ein bisschen jung aus Ne das Gesicht Hm Gucken wir mal Ob wir da noch was anderes finden Ja das sieht doch richtig gut aus Das nehme ich So Gekauft Dann gucken wir mal Der hat so ein bisschen Äh Haare nach hinten gegelt Gucken wir mal Was wir da so finden Äh Ja ne Voll stylisch Was hat denn das alles mit Modern zu tun Ah Das sieht doch nice aus Hier War jetzt gar nicht mal so schlecht Aber es ist dann doch ein bisschen mehr schon Fußballer und nicht Schiedsrichter finde ich Oh das war es schon Dann gehen wir nochmal auf Medium Ah Das sieht doch gar nicht so schlecht aus Wir sind auf dem richtigen Weg Eben die richtige Frisur zu verpassen Und das sieht doch ein bisschen danach aus Ja Hier diese Bömmel Also ich merke hier mal 42 42 merken Welche Zahlen soll ich mir merken Ganz genau 43 Ha Ich wollte nur mal gucken Ob ihr wirklich noch zuguckt Die 2 Ach komm wir geben die 42 Mein Gott Da schläft man ja hier ein Sonst So Man kann natürlich übrigens Was ich voll vergessen habe zu erklären Man kann auch hier Randomize machen Also zufällig Da macht ihr irgendein zufälliges Gesicht Wem es wurscht ist Wie die aussehen Ich persönlich finde es dann schon nice Wenn die so ein bisschen Ähnlichkeiten haben Als würde jetzt mal noch ein bisschen Brigeln an der ganzen Geschichte Oh viele Falten hat jetzt nicht Aber ich mache das jetzt trotzdem mal Äh Augenfarbe Sehe ich auch dunkelblau Kann er lassen Augenbrauen sind dann bei ihm Sehen sehr Ja normal aus Aber irgendwie sehen die Blond aus So ein bisschen habe ich das Gefühl Äh Hellbraun Machen wir da mal Und er hat auch keinen Bart So und er kriegt noch ein paar schöne Schuhe Was kriegt denn der Oh hier orange Das ist nochmal nice So und äh Wir können mal gucken Ob er Äh Lange oder kurze Ärmel hat Lange Ärmel Und ähm So Dann wieder Save Schließen To care Select Dann die Care of extern files Und dann geht es auf in den FIFA Und klicken jetzt tausendmal Äh Auf Anstoß Bis dann da irgendwie der richtige Schiri Steht Ne So Dass er Dass man auch mal gucken kann Ob das wirklich Äh Stimmt Diese Sache Dass es auch funktioniert Nicht kein Mist Lava Ne So So